so auf besonderen Wunsch auf von Onguli011 haben wir heute das Haus. Dieser Map-Wunsch ist da jetzt so keine Ahnung wie lange schon drin. Ja, Sie sehen schon, die Beschreibung steht hier oben oder unten oder rechts oder links. Heute als besonderen Wunsch haben wir den Simon dabei. Sag hallo. Moin moin. Guten Morgen. Und der Plex ist auch dabei. Ja. Und tot. Ja, warte, dass ich so gut bin, nachdem ich zwei Wochen lang nicht mehr gespielt habe. Oh, der Backz. Und das letzte Spiel vor drei Tagen ankam, von daher oder vier Tagen. Naja, manchmal verpasst ihr es auch deswegen. Das Haus eben. Der Name sagt es ja. Oh, ich habe ja auch neue Klamotten gekauft. Es gab ja letztens so viele Angebote, nur keins von denen es gab. Von daher sehe ich wieder ganz normal aus. Aber irgendwann sehe ich vielleicht anders aus, wenn ich dann, keine Ahnung, Plexi, du bist Hauptmann 4, ne? Ja. Ich will irgendwann Hauptmann 5 werden. Nein, echt. Ja. Ja. Da kann man die Klocki-Tür weiter. Gott, wieso bist du so leicht abzuschieben, das ist irre geil, Alter. So lange habe ich nicht nie so geil gespielt. Oh. Ja, bald leckt. Äh, bald nicht leckt. Ja, als ich damals immer mit dir gespielt habe, hat es so übelst geleckt. Ich habe dich, ich habe dich damals nie umbringen können. Okay, das ist eine andere Mal aus Ausnahme. Wer ist sau. Als du AFK, was weiß noch, verdammt. Na, okay, ich muss mich erst mal einspielen. Okay, war auch erst ein Kill, aber du kriegst gleich wieder Schaden weg. Das finde ich gut. So, und jetzt hole ich meine Geheimwaffe. Scheiße. Ihr habt bei mir alle einen roten Ping. Ein paar Arsche. In die Säcke. So, nein. Der Lane, der hier muss dran glauben. La la la. Geiße. Hi, liebe Leute. Ich würde mal hinter dir aufpassen, Toxy. Geiße. Ach, Mann. Ich dachte, das ist doch eine Pfanne. Deswegen wollte ich noch Spaß Eier werfen. Irgendwie bin ich den Eiern auch noch gewöhnt. Da ist der Sieben. Komm, ich bin mit der OP. Ah. Nein. Der Lane, der ist der Einzigste, der im Moment hier gerade jetzt nicht mehr einen gelben Ping hatte. Da ist jemand unten. Oh, Hilfe. Oh, Hilfe. Falls er reinkommt, das Verlager. Der Typ anernte mich an Tooser wegen dieser Bekleidung. Ihr kennt doch noch den Tooser. Nein. Egal. Egal. Ich kenne ihn noch. Tschüss. Hallo. Das Haus eben. Okay, der Map, äh. Ich bin ich mit Bewerbungen zum Anfang ohne Spaß mehr, kann es schon immer sein, äh. Wenn, wenn es die erste Map ist, die du gebaut hast, und nur die dann ist es nicht schlimm. Aber ich habe nichts gegen der Map. Aber, mhm, die Dekoration gefällt nicht so ganz. Und da kommen meine Nüsse. Ah. Hilfe, nein. Da kommt Bloxy. Ah. Hier. Okay, ist man nah dran. Ich habe mein Bestes gegeben. Toll. Dum 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 dum. Ey, Dendrax, bist du noch da? Ja. Hi. Der Dendrax. Ich dachte schon, der wäre weg. Der sagt kein Piep. Nein, nein. Der war die ganze Zeit auch auf TS, also der ist immer noch da. Ich meine, ne? Ich habe hier so Ostereier, ne? Und hier, auf meiner Bratpfanne, ein weichgekochtes Ei. Spiegelei auch bekannt. Hab ganz vergessen, dass ich noch Premium hab. Der heilt sich auch von selbst der Gute als Lane Day. Na, wo ist der Simon jetzt hin? Oh, Rauchgranaten, das darf nicht wahr sein. Irgendwo hinwerfen. Ne, da ist niemand. War ein Versuch wert. Und der Camper da hinten im Eck, alter. Zu spät. Abgekehrt. Wer wirft hier Rauch? Doch, nix. Ich will nix. Ich will nix. Ah, ich versuche heute. Ah, ha, ha. Versuche heute im Blick fast noch leer zu werden. Ich auch irgendwann. Ich bin jetzt schon 20% wieder mal. Ja, ich bin bei 82. Ne, warte, ich bin 13, ne? Hilfe, nein. Au. Toast. Wer wirft hier schalten? Wohle. Rauchgranaten. Ich will die mir jetzt. Da wäre denn wohl Ploxy, Wudum. Ich doch nicht, würde ich niemals tun. Blendi, 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 Blendi. Weißt doch, in einem letzten... So, jetzt holen wir mal die Rauchis. Ja, natürlich hat er auch keine Rauchis. Dann verraust du alles. So, auch noch mit, ähm... Na, bist du blind? Oxy willst mich auch... Wer ist das? Wer ist das? Nein, 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 nein. Ey, verarsche. Ah. Äh. Ey, geh weg. Blendi, Blendi, Blendi. Oh, verdammt, jetzt hab ich mich selbst geblendet. Ah, geh weg. Jawoll. Jawoll. Ich hab eigentlich auch noch muss gehen können. Der hat gesessen. Der hat gesessen. Alter, ich spiel hier mit Materzus Flindl. Na, wo geht der hin? Willen stört bei fünf Schüssen nicht, der Lecker. Ich hab mich auch geheilt. Boah. Schatz. Das ist jetzt drunter. Egal. Das ist das erste Mal, dass ich nach zwei Wochen spiele. Von daher gibt es den Schwung. Das ist unsere heutige Standardausrede. Runden gucken und wieder hoch. Oh, ey. Ich seh nix. Lapsi. Ja. Frisch meine Eier. Ne, danke. Nicht diese. Na, Simon. Oh. Was nehmen wir jetzt mal? Und bam. Oh, wieder drei Kills drunter. Alter. Muss ich mal entscheiden. Wo, 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 alter. Blendys. Na, kommt der. Und tot. Ich zumindest. Haben die Blendys gewirkt? Äh. Ach, immer diese Seitenkicker hier. Stirb, 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 stirb. Nein. Kill die beide, kill die Beise. Jetzt muss die Stimmt killen können. Ja. Okay, wir wechseln die jetzt zur Spiel. Sehr gut. Nette Map, sie ist nett. Oh nein, 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 nein. Da hinten ist er hinten. Immer auf den Lane. Nein. Weggefetzt. Blendgranate. Also aus Spaß gesetzt. Hinter dir. Immer alle mit den Blenden. Ganz schön schön. Denn Spekulor weiß, wie man es sieht. Deswegen Spekulor weiß, wie man es sieht. B Blendgranaten, dass man nichts sieht. Farbenstrahlen wie nie zuvor. Denn für Blendgranaten gilt, wie man weiß, Qualität von Enkeln nur zum kleinen Preis. Spekulor weiß, wie man es sieht. Ja, erwischt. Spekulor weiß, wie man es sieht. Spekulor weiß, wie man es sieht. Nein, jetzt. Nicht hingucken, wenn man Blendgranaten wirkt. Das hat gerade gebleckt. Blendgranaten haben wir so die Brücken meistens. Hey! Oh, verdammt! Nein, von oben. Haha! Ja, ich war nicht mehr dein Gelder. Da, da, da. Sag mal, willst du mich verarschen? Alter, ich krieg's gar nicht alle. Oh, Mann, ich muss ihn mal upgraden, Alter. Was musst du upgraden? Meine, äh... Ich bin ne Pumpkanier. Ey, Mann, wer... Ah, ich hab die voll ab. Die macht zu wenig Schaden. Na, okay. Es war ein netzes Let's Play. Unsere neue Runde. Keine Ahnung, die wievielige Folge. Es hat Spaß gemacht. Von Omuli011. Das Haus heute. Wir bewerten es auch extra für euch. Und, äh, bis zum nächsten Mal. Es gibt noch mehr Map-Wünsche zu erfüllen.